Der Immobilienmarkt in Deutschland droht zu kollabieren. Die neuesten Zahlen von Auftragseingängen in der Baubranche und auch bei den Baufinanzierungen sind wirklich dramatisch. Alle Details in diesem Video, los geht's! Heute muss ich leider ein Video über den katastrophalen Zustand des Immobiliensektors in Deutschland machen und leider deswegen, weil ich natürlich mit meinen eigenen Immobilien auch davon betroffen bin. Und eigentlich müsste man doch denken, dass es der Immobilienbranche ziemlich gut geht, weil wir haben doch laut DE-Staates 84,3 Millionen Menschen in Deutschland. Jedes Jahr haben wir mehr Menschen, Deutschland wächst, wir haben jetzt quasi so viel wie noch nie. Und viele Einwohner benötigen natürlich auch viel Wohnraum. Und überall liest man ja auch von Knappheit von Wohnraum und immer weiter steigenden Mietpreisen und so weiter. Und wenn der Wohnraum ja knapp ist, dann müssten doch eigentlich auch neue Wohnungen gebaut werden, was dann wieder gut für die Baubranche wäre. Und tatsächlich hat ja die Bundesregierung das Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland zu bauen. Aber leider ist das reine Theorie und geht komplett an der Praxis vorbei. 2020 hatten wir zum Beispiel noch 306.000 Wohnungen, die fertiggestellt worden sind. 2021 hatten wir schon nur noch 293.000 und 2022 wären es 280.000. Du kannst also deutlich sehen, dass die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen immer weiter abnehmen und für 2023 wird es dann richtig, richtig schlimm werden. Wenn du nämlich wissen willst, wie die Fertigstellungen im Jahr 2023, also dieses Jahr sind, musst du dir einfach mal den Auftragseingang aus dem Vorjahr aus 2022 einschauen. Und hier kannst du mal den Auftragseingang von Statista sehen. Und mit den einzigen Ausnahmen im März 2022 waren die Auftragseingänge durch die Bank weg negativ und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und im Dezember 2022 hatte die Baubranche den Auftragseingang von minus 23,4%. Und die Zahlen für 2023, also für dieses Jahr, sehen laut Statista genauso aus. Wir haben einen Auftragseingang im Baugewerbe von minus 21% zum Vorjahresmonat und der Umsatz im Baugewerbe ist um 9,5% zurückgegangen. Also du siehst, wir haben hier einen massiven Rückgang und das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Vorzeichen für die Vitalität der Immobilienbranche. Und jetzt natürlich die große Preisfrage, warum geht denn der Auftragseingang in der Baubranche so stark zurück? Und die Epoch Times schrieb dazu Ende März, platzt die Immobilienblase? Nachfrage an Eigentumswohnungen sind eingebrochen. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist wegen der Immobilienkrise in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich eingebrochen. Übrigens auch schon letztes Jahr, nicht erst dieses Jahr. Die Anfrage pro angebotener Eigentumswohnung ging im Februar gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 43% zurück, wie die Zahlen des Immobilienportals Immowell zeigen. Im Januar sanken die entsprechenden Anfragen über den Vorjahr um 46%. Aber nicht nur die Anzahl der gehandelten Bestandsimmobilien ist stark gesunken, sondern auch die Anzahl von gekauften Neubauwohnungen ist ganz, ganz stark gesunken. Und dafür gibt es hauptsächlich zwei große Gründe. Erstens haben sie natürlich die Zinsen für Immobilienkredite innerhalb einem Jahres vervierfacht. Und zweitens sind die Preise für Baumaterialien noch mal deutlich angestiegen. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Zinschart von Interhub anschauen, dann kannst du wirklich das große Ausmaß sehen, was diesem Problem inne wohnt. Du kannst hier sehen, in den letzten zehn Jahren waren die Zinsen eigentlich immer weiter gesunken, bis auf zwei Prozent und am Ende sogar teilweise auf ein Prozent. So günstige Zinsen haben wir noch nie gehabt. Und deswegen wurden halt auch mit Hilfe von Finanzierungen sehr viele Immobilien gekauft. Weil klar, das Geld war billig, man musste damit irgendwo hin. Also hat man sich teilweise Eigenkapital genommen, aber auch ganz viel Fremdkapital, also ganz viele Kredite aufgenommen, um damit Immobilien zu kaufen. Ich selber habe ja auch ordentlich zugeschlagen und mir damit ein Portfolio von 74 Immobilien gekauft. Das konnte ich aber nur machen, wie gesagt, weil die Zinsen so verdammt günstig waren. Und diese billigen Zinsen und die daraus entstandene hohe Nachfrage an Immobilien hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Teilweise haben sich die Immobilienpreise verdoppelt oder sogar verdreifacht. Das ist wirklich extrem krass. Man hatte also die günstigen Zinsen, aber dafür am Ende natürlich auch die hohen Immobilienpreise. Trotzdem hat beides im Zusammenspiel noch gut funktioniert, sodass der Immobilienmarkt weiter am Laufen war. Jetzt allerdings hat sich innerhalb eines Jahres, haben sich die Zinsen von 1% auf 4% erhöht. Und die Immobilienpreise dagegen sind aber kaum gesunken. Also dieses Zusammenspiel, was man vorher hatte, hohe Immobilienpreise und niedrige Zinsen, das hat sich jetzt umgedreht. Jetzt hat man immer noch hohe Immobilienpreise, aber auch hohe Zinsen. Und dadurch rechnen sich einfach extrem viele Immobilien nicht mehr. Und deswegen ist auch die Nachfrage für Immobilien stark eingebrochen. Und das Ganze sowohl bei Investmentimmobilien, weil die Miete, die man reinbekommt, die reicht nicht mal aus, um jetzt den hohen Kredit zu bezahlen, aber auch bei den Eigenheimen. Das heißt, auch die Leute, die sich ein Eigenheim, ein Familienhaus zum Beispiel kaufen wollen, die können sich einfach die hohen Bauzinsen auch nicht mehr leisten. Und die Firma Barkov Consulting hat letzte Woche auf ihrer Webseite eine sehr, sehr interessante Grafik veröffentlicht. Dort siehst du, dass das Volumen für neue Immobilienkredite im Februar 2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert. Ein Rückgang von 54% ist der schlimmste seit Beginn der Aufzeichnung. Und der Rückgang im März wird aufgrund eines Basiseffektes dann noch stärker ausfallen, da das Neugeschäft im Jahr 2022 mit 32,3 Milliarden einen Rekordwert erreicht hatte. Und das gesamte Hypotheken-Neugeschäft von 12 Milliarden Euro im Februar 2022 ist das niedrigste seit mehr als 12 Jahren, seit also Februar 2010. Und dabei ist noch nicht mal die Hauspreisinflation mit einbegriffen. Du siehst also, ja, diese krassen Zahlen, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, minus 54%. Und laut Statista sind ja 80% der Immobilien in Deutschland fremdvermoziert, also nur 20% der Deutschen können ihre Immobilie bar bezahlen. Wobei das nicht mal die Deutschen sind, sondern eher die reichen Chinesen und die reichen Russen, die ihr Geld in Deutschland in Sicherheit bringen wollen und dann einfach Immobilien bar kaufen. Die Deutschen brauchen also für ihre Immobilien im großen Teil eine Finanzierung und die sind jetzt, wie gesagt, extrem eingebrochen. Tja, und der zweite große Punkt, warum die Aufträge im Bausektor bei Immobilien so weit zurückgegangen sind, das natürlich die Baupreise. Seit Corona in 2020, wo ja die ganzen Lieferketten zusammengebrochen sind, sind die Baupreise nochmal extra stark nach oben geschossen. Und ich selber habe es ja bei mir auch gemerkt. Ich saniere ja selber meine eigenen Immobilien und teilweise haben sich die Preise für einige Materialien, einige Werke verdoppelt oder sogar verdreifert. Das hat also nicht nur Auswirkungen auf die Neubaugebäude, sondern ja auch auf die Bestandsimmobilien. Und selbst das größte Immobilienunternehmen Deutschlands, die Vonovia, hat ja bereits im Januar dieses Jahres angekündigt, keine neuen Wohnungen mehr zu bauen. Und wenn das der größte Immobilienkonzern in Deutschland sagt, dann kann man wirklich sagen, wir haben ja einen massiven Schiefstand in der Immobilienbranche. Also meine lieben Zuschauer, durch die jetzt massiv gestiegenen Zinsen, aber auch durch die stark gestiegenen Baupreise ist der Immobilienmarkt quasi zum Stillstand gekommen. Die Handwerker haben viele von ihren Kunden verloren, Makler können keine Immobilien mehr verkaufen und die Banken haben quasi kaum noch Neufinanzierung. Und da hängt quasi eine ganze Branche mit dran, mit all deren Folgen, die sie nach sich ziehen. Und das Ganze wird auch sehr, sehr langfristig sein. Weil bevor sich hier irgendetwas ändert und bevor es hier irgendwie wieder weitergeht, müssten zum ersten Jahr mal die Zinsen wieder runtergehen. Aber das wird natürlich nicht passieren, weil die Notenbanken aktuell die Inflation bekämpfen müsste. Also muss erst mal die Inflation und damit auch die Baupreise runtergehen, bevor im nächsten Schritt dann die Zinsen folgen können. Aber beides wird wie gesagt sehr, sehr lange dauern, zumal die Bürger ja auch noch wegen der hohen Inflation auch kein Geld jetzt sparen können. Also ihnen fehlt dann auch noch das Eigenkapital für zukünftige Immobilien. Also das ist ein weiterer Faktor, der dazu kommt. Und dazu kommt als Kirsche obendrauf noch auf der Sahnetorte, dass unsere grünen Politiker für ihre Klimaziele immer weitere Auflagen machen, welche die Baupreise noch weiter nach oben gehen lassen. Und dadurch wird sich der Neubau erst recht nicht lohnen. Du hast ja vor kurzem diese Woche, letzte Woche die Debatte gesehen, jetzt mit dem Austausch von Gasheizung, Ölheizung, dann durch Wärmepuppen. Also da muss ja auch der ganze Bestand komplett umgebaut werden. Und das ist halt ziemlich, ziemlich krass. Man kann also wirklich deutlich sehen, der ganze Immobilienmarkt ist zum Stillstand gekommen. Und da wird es ja nicht aufhören. Das wird ja noch weitergehen. Weil dadurch, dass die Handwerkerfirmen jetzt keine Aufträge mehr haben, die Aufträge sind ja massiv zurückgegangen, wie ich dir gerade schon gezeigt habe, müssen die natürlich jetzt Mitarbeiter entlassen. Und wenn die Handwerkerfirmen Mitarbeiter entlassen, dann wird das natürlich die Lage am Immobilienmarkt noch weiter verschärfen. Weil nur weil plötzlich weniger Handwerker zur Verfügung stehen, heißt das ja nicht, dass plötzlich auch weniger Reparaturen nötig sind. Weil die Reparaturen, diese bleiben ja gleich. Wir brauchen die Handwerker ja eigentlich trotzdem. Tja, und außerdem kommt noch hinzu, dass wir weiterhin auch einen starken Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland haben werden. Ja, und die müssen ja irgendwo unterkommen. Ich meine, der Wohnraum, der fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Und teilweise schmeißen die Kommunen jetzt schon normale Bürger raus, um Flüchtlinge dafür unterzubringen. Und in Berlin hat sogar ein Altersheim sein Rentner rausgeschmissen, ja, um Platz für die Flüchtlinge zu machen. Und das mag dann zwar vielleicht den Flüchtlingen helfen, aber das lindert doch nicht die generelle Wohnungsnot, die wir in Deutschland haben. Die Nachfrage wird einfach bei gleichbleibenden Angeboten immer größer. Und damit steigen natürlich auch weiterhin die Mietpreise. Und wenn die Mietpreise steigen, dann können sich halt immer weniger Menschen eine normale Wohnung leisten, weil die müssen jetzt ja schon die höheren Kosten für Lebensmittel, für Energie, fürs Heizen, für Sprit und so weiter bezahlen. Und wenn natürlich immer weniger Menschen dann eine Wohnung leisten können, dann wird wirklich der Wohnungsmarkt kollabieren. Und dann muss sich Politik irgendwas einfallen lassen, um diesen Schiefstand, den wir da haben, irgendwie wieder gerade zu bieten. Und dazu kommt noch, weil die Reihe der Probleme, die hört ja hier nicht auf, ja. Dazu kommt ja, dass wir in den USA aktuell noch eine Gewerbeimmobilienkrise haben, welche sich auch auf Deutschland ausbreiten kann. Weil viele Gewerbeimmobilien im Einzelhandel als auch bei einem Büro stehen jetzt nach Corona leer. Und das führt natürlich zu Problemen bei den Vermietern. Und wenn es zu Probleme bei den Vermietern führt und die zu groß werden, dann führt das danach zu Probleme bei den Banken. Und das führt dann danach zu Probleme bei den Bankkunden. Also es ist ja quasi ein Teufelskreislauf. Und ich habe jetzt einfach die Befürchtung, dass es hier zu einem ganz großen Knall kommen kann und eine riesengroße Umverteilung stattfinden wird. Und zwar weg von den Menschen, die auf Finanzierungen angewiesen sind, hin zu den Menschen, die einfach viel Eigenkapital haben. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wer hat denn sehr viel Vermögen und sehr viel Eigenkapital? Ist es denn die durchschnittliche deutsche Familie? Oder sind das eher große Unternehmen oder große und sehr vermögende Privatpersonen? Und womöglich noch welche aus dem Ausland? Da kann man ein bisschen spekulieren darüber. Also meine lieben Zuschauer, abfassend muss ich sagen, abfassend, abschließend möchte ich sagen, ich selber sehe den Immobilienmarkt zweigespalten. Wenn du dir also keine teure Finanzierung, teure Sanierung oder die neuen Klimavorschriften leisten kannst, dann musst du einfach einen riesengroßen Bogen um Immobilien machen. Wenn du aber viel Cash und viel Eigenkapital hast, dann kannst du dich in nächster Zeit auf sinkende Preise und auch auf Schnäppchen freuen. Ich selber sehe zum Beispiel hier in Leipzig jetzt wieder Renditen von 8% und das sind Renditen, die ich das letzte Mal vor 5 Jahren gesehen habe. Wenn die Immobilien also einen guten Zustand haben und man genug Cash hat, dann würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Tja, und jetzt meine abschließende Frage, wo seht ihr dann den Immobilienmarkt in Deutschland? Wird der Immobilienmarkt jetzt kollabieren? Wird sich der Immobilienmarkt wieder erholen? Würdest du selber sogar Immobilien in Deutschland kaufen zum jetzigen Zeitpunkt? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare unter dem Video. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.